Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu Red Dead Redemption 2. Wir zocken schon den achten Part. Falls du die letzten Folgen verpasst hast, du findest sie in der Videobeschreibung. Ja Freunde, was ist hier passiert? Was ist mit Arthur passiert? Nicht nur der Bart eskaliert, sondern guckt mal was für eine schöne Mütze haben. Und schaut mal, wir haben ein neues Pferd. Ich habe 1000 Dollar reingeballert in dieses Pferd, sogar mehr. Also das Pferd allein hat 1000 Dollar gekostet. Das ist jetzt das beste Pferd, Elite Pferd, das es bis jetzt in dem Spiel gibt. Also zumindest bei dem Stand, also an dem Standpunkt, an dem ich bin. Und ich bin jetzt gerade Fortschritt 42% der Story. Also wir haben jetzt wirklich ungefähr 16 Stunden gespielt und sind immer noch bei 42% der Story. Die Mütze habe ich bekommen, weil ich einen legendären Bären gejagt habe. Ich habe auch ein Video für euch gemacht, das kommt um 21.15 Uhr online. Und da sind ja heute einige Videos zu der Jagd rausgekommen. Jetzt geht es weiter in der Story. Ich möchte mit euch wieder weiterzocken, weil wenn wir in der Story weiterkommen, dann schalten sich natürlich auch noch andere Bereiche frei, andere Fähigkeiten und so weiter. Und deswegen möchte ich mit euch wieder weiterzocken in der Hauptstory und natürlich auch einige Nebenquests erledigen. So, wir machen jetzt erstmal eine Nebenquests. Ah, das ist der Typ. Wo ist er? Bei dieser Mütze ist es auch noch so, die gibt euch einen Effekt. Und zwar, wenn es kalt ist, sie wärmt euch. Wenn es zu warm ist, dann ist es sogar schädlich, diese Mütze. Also da verliert ihr dann langsam Energie. Ah, wir müssen mit ihm reden. Ah, guck mal, da ist er. Ich weiß nichts über diese Mütze. Letzter Samstag, ich sah, dass du es schädigst. Hey, du! Warum nicht du den Typ allein verlassen? Was hat es mit dir zu tun? Ich kann mich viel schwerer, als du. Ich versuche dir das. Okay, verletzt es. Ein bisschen Scheiße, das ist nicht sogar meine Zeit. Danke, Herr. Sehr fix. Der ist doch irgendwo rausgefallen. Wo ist er denn? Ich sehe dann jetzt nicht. Wo ist er denn? Ich habe ihn doch gesehen. Aufheben. Okay. Nein. Ganz sicher nicht. Was? Oh Mann ey, was soll die Scheiße jetzt? Okay. Also hier gibt es nur Ärger in der Stadt, sage ich euch. Okay. Das war jetzt richtig Scheiße. Geile Mucke. Oben ist eine Anzeige. Wenn sie leer ist, dann... Passt alles. Scheiße, der hat uns gesehen. Ich muss sagen, in der Stadt hier. Wir sind hier in St. Dennis. Und hier ist es deutlich schwerer, von der Polizei zu fliehen. Kommen wir hier durch. Wenn ihr so in einem kleinen Kackdorf seid, könnt ihr ganz, ganz leicht fliehen. Aber hier ist es ein bisschen komplizierter. Die verfolgen euch hier so ein bisschen wie bei GTA. Ja, taucht auf einmal auf. Okay, so. Uns wird langsam schlecht. Von der Ausdauer. Ziehen wir eigentlich die Mütze aus? Ich glaube, die können wir nur im Hauptkreuz hier ausziehen. Hi, Emia. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen abwarten. Dann haben wir es. Nice. Okay, wir haben es. Jetzt müssen wir noch mal zurück. Schwester Calderon. Calderon. Ja, ich möchte wieder... Ich muss ganz ehrlich sagen, die Jagd macht echt Spaß hier. Aber ich will ein bisschen weiterkommen, damit wir vielleicht noch ein paar Sachen freischalten. Weil ihr wisst ja, wie das ist. Wenn man in der Geschichte weiterkommt, dann wird man für neue Sachen freigeschaltet. Die Waffen werden freigeschaltet. Neue Gebiete. Neue Karten. Da habe ich mir gedacht, zocken wir mal ein bisschen weiter. Und die Jagd-Videos wird es dann morgen wieder geben. Also da wird dann einiges rauskommen. Okay, was ist hier los? What the fuck? Ah, das ist wahrscheinlich so missionsbasierend. Hi, Merz. Wie viele Abos hast du? Viele. Viele Abos. Ich schalte die bald ein. Also der Kanal ist neu. Ja, deswegen habe ich am Anfang die Abos ausgemacht. Aber mittlerweile haben wir schon einige Abos gesammelt jetzt die Tage. Ich werde die bald anmachen, die Abos. Okay. So, gehen wir nochmal hin. Gesetzhüter und zu alarmieren. Ah, okay, okay. Da habe ich jetzt leider nicht gelesen wieder. Ja, manchmal bin ich ein bisschen unvorsichtig. So, schleichen wir mal ein bisschen rum. Zack. Das ist jedoch, oder? Ja, das ist sie. Entschuldigung, Vater. Sister, ich habe deine Krasse. Ah, du hast nicht. Oh, ich habe es. Ah, ich hoffe, der Mann... Er ist gut, physisch. Mentally, er ist ein Stück von Arbeit, aber wie kann ich das sagen? Bruder Dorkins war richtig über dich. Du bist der größte Mann. Bruder Dorkins ist... ... ein großer Lied. Ich habe Angst, aber ich bin froh, dass ich ein bisschen helfen kann. Dankeschön. Du siehst, es ist ein Stück, aber... ... meine Mutter hat es mir gegeben, als ich ein Novistin war, kurz bevor sie passierte. Du bist der wunderschöne Mann. Entschuldigung, Vater. Sister, ich freue mich Ihren Tag. Siehst du, Vater? Würdest du das generell empfehlen, Leuten Abos auszuschalten? Auf jeden Fall. Also am Anfang, wenn der Kanal sehr neu ist, würde ich das auf jeden Fall ausschalten, weil... ... die meisten Leute gucken halt voll krass auf Abos und dann denken sie... ... wenn ein Kanal wenig Abos hat, dann ist er schlecht. Also bei denen ist dann im Kopf so... ... wenig Abos, schlechter Kanal. Und ich würde einfach am Anfang das ausmachen, bis ihr eine gewisse Zahl gesammelt habt. Okay, so, das haben wir jetzt erledigt. Wir haben hier gleich die nächste Mission. So, wir kommen immer weiter, Leute. Schritt für Schritt. Ich habe neue krasse Sachen für euch rausgefunden. Hey, hi Archie. Wir haben uns heute auch kennengelernt bei der Jagd. Ich habe heute so krasse Sachen rausgefunden beim Jagen. Also ich habe dann noch weitergespielt. Und morgen werde ich dann wieder ein neues Video machen. Also ich habe sehr viele Sachen rausgefunden. Wow, 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 was ist los? Hey, 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 was ist los? Also das muss der jetzt sein. Der wollte ihn töten. Ah, das ist der Typ. Ja, den haben wir gestern schon kennengelernt, den Typen. Okay, der hat irgendwas gedroppt. Nehmen wir den mal. Ah, ne, 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 das machen wir nicht. Ich habe mir übrigens zwei Waffen hier abgegradet. Ich habe da auch Videos für euch hochgeladen. Einmal in Gold. So, welcher ist das? Ah, okay, okay. Hier können wir die Munition umschalten. Übrigens, hier, wenn ihr zum Beispiel die Waffe auswählt, könnt ihr auf dem Kreuz, seht ihr unten, ganz in der Mitte, ja, da steht normal. Wenn ich jetzt nach rechts drücke, Hochgeschwindigkeitsmunition und wenn ich nochmal nach rechts drücke, Express Munition, ja. Da könnt ihr nochmal umschalten. So, ich wollte euch mal unsere neuen Gnaden zeigen. Guckt mal, Gold, Golden Eye. Wie gesagt, da kommen noch kleine Videos, könnt ihr dann reinziehen euch. Also, da habe ich alles gezeigt, was ich da getrieben habe. Offscreen sozusagen. Okay, so, das haben wir jetzt auch erledigt. Das war ja ein kurzes Vergnügen. Jetzt gehen wir weiter. Und wie gesagt, ihr müsst halt ein bisschen spielen, weil es gibt ein paar Leute, die haben voll Bock auf Jagen und sowas, ja. Ihr müsst ein bisschen in der Hauptstory spielen, damit ihr weiterkommt, damit ihr einfach mehr Möglichkeiten habt, Freunde. Also, damit einfach gewisse Waffen aufgehen, damit gewisse Städte offen sind, damit ihr einfach, ja, die Möglichkeiten habt. Weil man kann nicht ganz zu Beginn alles machen, ja. Also, alles kann man nicht machen. So, wo bist du? Pferdchen vergessen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich bei dem Pferd fast keinen Unterschied merke. Ich habe hier viele Upgrades. Guckt mal, also, das ist voll aufgerüstet. Und das Pferd allein hat 1000 Dollar gekostet. Aber ich merke, muss ich ganz ehrlich sagen, keine großen Unterschiede. Es ist auch kleiner als das andere. Also, auf dem Papier hat man auf jeden Fall Unterschiede gesehen. Also, man hat gesehen, dass es mehr Tempo hat und so weiter. Aber ich merke da nichts. Also, meiner Meinung nach ist das dieselbe Geschwindigkeit. Der Mann mit dem goldenen Colt. Es gibt 200 Tiere. Es gibt mehr als 200 Tiere. Aber wie viele Abos sollte man dann zeigen? Wie viel Geld hast du? Mittlerweile nicht mehr viel. Ich habe das ganze Geld fürs Pferd verballert. Ich glaube, wir haben nur noch 500 oder so. Weil ich habe sehr viel Geld ins Pferd reingesteckt und in die Waffen. Ab wie vielen Abos? Ich würde mal sagen, so ab 1000 Abos kannst du anmachen. Wenn du es ordentlich machst, wirst du sehr schnell 1000 Abos haben. Aber da muss man halt ordentlich arbeiten am Kanal. Und nicht so ein Video mal in der Woche oder so. Oh. Wir haben hier, guck mal, wir haben eine neue Person entdeckt. Es gibt ja hier Zufallspersonen. What the fuck, was macht er? Ein Erfinder? Ein Erfinder? Kein Problem, Marco. Du bist ein großartiger Genie. Wir werden mit dem Poker auf den Eis. Danke, Marco. Danke. Danke. Was bist du? Ein Beispiel von Europäischemacher? Nein. Ich bin ein genie mit dem Poker auf den Eis. Wie ich sage. Hallo. Ich sehe, wie ich mich für Kinder empfehlen. Nein. Nein, er sagt. Nein. Ich bin der Schäfer des Menschen hinterher. Ich bin der Schäfer des Menschen hinterher. Ja, wir haben ihn mit dem, Professor Marco Dradzik. Wenn die Amerikaner die Silvertongen verabschiedelte und nicht bezahlt ihm Geld. Ja, er hat gesagt, was ist das Schäfer, Mann. Also, was ist das Schäfer? Es ist nicht ein Schäfer, Big Nuts. Es ist eine demonstriere meiner Geheimnis. Meine Ideen über die Sorge des Lebens. Oh, es ist ein Toi-Boot. Ja, es ist ein Toi-Boot, den ich in der Öffentlichen kann, mit Elektrizität und Wäge kann man nicht sehen. Gut für dich. Wäge kann man nicht sehen. Und noch die Investoren werden nicht kommen. Ein paar alte Frau und ein Moron. Frau, bitte. Frau! Frau! Hallo! Hallo, Sir! Okay. How is the piles? Good, good, good. Okay. My friends, you are about to witness history. A demonstration of my infinite insight. All of us, we feel old. You, you are old. But maybe I can make you immortal. Using waves, you cannot see. I will power this boat. You're a goddamn fraud. And this buffoon dressed up like a buffoon is a stoolie. I watch them conspire, you morons. What? I never met this buffoon before two minutes ago. Isn't that right? What? Which part of it? So, Professor. Show us your magical toy boat. If only this time let the buffoon control it. Check if there's any funny business. Oh, this ain't nothing to do with me. Come. Please, please. It is easy. Any moron could do it. And I am about to prove that. Here. Take this. And this. And... Don't touch that. Okay, we can steuern or what? Feuern, zielen. Okay. What the fuck? Zielen? Okay. If this silly dimwit can use torpedoes on boats to destroy the battleships, I can watch what technology can do in the hands of certified genius. And I have certificates. Hey. It's doing what I'm telling you. Of course it is doing. Now it's better to do closer to battleship and shoot with torpedo. Karank. You face it, Manoush. You see what he does? No wire like telegraph. No police system underwater. Only waves in the air. This is remarkable. Look at those poor boys on the HL-100. Eight of them perish to a mere five on the HL-100. And what a way to go. So, trapped in a box that goes on the bay. I suppose you intend to go on the road. Hey, that's what I didn't expect. You misunderstand. This is the secret to life. Not dead. The friends migration of the soul. I make lifeless metal. Free inside metal. There. I'm going free. Haha. Yes. You see what he does? Now bring the boat back to the dam. That sure was something. But I'm not sure what. It was proven here. The demonstration is not over yet. Any fool can explore the sitting dock. Let me just reload her. This is really remarkable. This is just a demonstration of my prowess, sir. The real miracles require investment. Now the dimwit will use invisible waves to destroy the little sailing boats before they get to the other side of the park. Still avoiding magnetic winds. I have Segelboote. Oh, we'll attempt to at least. Shush! You're not here for the smart talk. Ah, da. Guck mal. Da sind die Segelboote. This part hole. The telegraph machine. The motor car. They will all seem pedestrian in comparison to this technology. We are not reliant on wires or coal or gasoline. No. Just. Okay. Okay. Elektrizität. Nice. Easy going. Very good. Now bring the boat back here. You avoid the mines. Yes? That is what controls are for. Fool. 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 Thank you. Thank you. What is that? It is the stuff of life, sir. It's incredible. No, no, no. Incredible things are in my lab back at Dover Hill. That will astound all of you. Mr. Marcel, can I count on your support? Well, this is expensive. It is immortality, sir. It is very cheap. Perhaps over lunch. Maybe. I'm gonna go. Oh, yeah, of course. Okay, dass das nicht beachtet wird. If you're ever up near Dover Hill, pay me a visit. There. I will really amaze you. Vielleicht kriegen wir dann ein Maschinengewehr, Leute. I hope you will forgive me. Okay, krass, dass solche Erfindungen nicht nicht unterstützt werden. Das ist ja voll der Durchbruch. Wo ist mein Pferdchen? Hier. Na komm schon. Ja, das Pferd kann vielleicht wirklich wendiger sein einfach. Auf jeden Fall hat das Schweinegeld gekostet, das Pferd. Und das war das Luxuspferd. Äh, Elitepferd. Hey, you're okay, girl. So, dann machen wir uns mal auf den Weg. Bin schon gespannt, ey. Weil gestern Abend, das waren wirklich die perversesten... Perversesten Missionen. Zum Beispiel Grabräuber. Ah, warte mal, wir kommen doch hier drüber, ja. Ja, wir kommen drüber. Oder dieser Mafiose, der hat mir auch getaugt. Ja, ja. Das war wirklich so Miterfindungen. Oh, shit. Spring mich hier lieber ab. Also Leute, wie gesagt, es wird jetzt was Neues geben. Ich werde immer... In der Früh... Oh, fuck. Das ist mein Alligator. Komm, 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 komm. Der macht keine Scheiße. Guckt euch das mal an. Hey, 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 komm. Alles gut. Ich werde jetzt immer... Also in der Früh, wenn ich aufstehe, so zwischen 10 und 11... Der erste Stream, das wird dann eine Zusammenfassung sein, was ich alles am gesamten Tag gelernt habe, ja. Also da werde ich alle neuesten Erkenntnisse mit euch teilen. Alle Tipps. Alles. Okay. Ja, ja, ist gut. Alles ist gut. Schildkröte. Welche ist das? Okay, die haben wir schon. Ne. Warte mal. Was, 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 was? Gearschildkröte. Ja, doch. Die haben wir schon. So, wir sind fast da. Hier müsste was sein. Ich habe übrigens heute zufällig ein Easter Egg gefunden. Da habe ich auch ein Video für euch gemacht. So eine Sido-Maske. Richtig heftig. Wir haben gejagt und dann ganz zufällig habe ich auch bis jetzt noch nie, noch nicht im Internet gefunden. Also diese Maske. Also wir scheinen die Ersten gewesen zu sein. Ah, der Strauß. Still working, Mr. Strauß. What you been up to? Trying to wrap up our accounts before we leave, Mr. Morgan. So you'll be joining us in Tahiti. I rather fancied Australia. A similar kind of people to us. Lots of opportunity. Das tells me we're going to be ranchers. Perhaps, but so far we have not raised many cattle. No. So, Mr. Morgan. Will you help me finalize our business here? This is filthy work. We need money in Australia. For cattle and feed I mean. Why flinch now? You never have done before. Oh, I don't know. Well, here they are. Some fishermen. By the name of... Hmm. Wie der Geldeintreibung. Ich muss sagen, dass mir das schon taugt, Geld einzutreiben. I'm a scarlet meadows. A fisherman. And that's it. We're a union built on that, you know. Okay. Hmm. Hallo, Bricks. Und danke, Emia. Danke, Mann. Wegen den Videos. Also, wenn ihr 50 Stunden arbeitet. Man will natürlich irgendeinen super Tipp haben. Irgendwas, was gut klingt. Ich behaupte mal eins. Wenn du neben der Arbeit dir einen YouTube-Kanal aufbaust, wirst du Jahre brauchen. Jahre. Wir haben jetzt in zwei Wochen fast 70, 80 Videos oder so rausgebracht. Ja, ich stecke halt viel Zeit rein und das kann man nicht neben der Arbeit so krass aufbauen. Das geht einfach nicht. Flusskrebsen. Die haben wir heute gefunden. Die sind in so Löchern drin. Ja. Ja. Oh, Arthur. Ich dachte, du warst ein Mann. Nein, Herr, Herr. Wenn es zu prehistorischen Monstern kommt, bin ich sehr viel ein Kerl. Mich hat der Erfinder auch übel an Tesla erinnert. Wir haben sie heute schon zufällig gefunden. Da sind so kleine Löcher im Sand. Also nicht im Sand, sondern im Schlamm. Und wenn ihr da reingreift, dann findet ihr dort die Krebse. Okay, da ist was. Ja, guck mal, da sieht man es schon. Da seht ihr, das schaut wie so ein Maulwurfhügel. So ein Loch. Hä? Was ist los? Da seht ihr das? Das ist ein Hügel. Na komm. Oh, ich hasse das, wenn sie so langsam gehen. Ja, guck mal. Und wenn ihr reingreift, dann ist da so ein Flusskrebs, glaube ich. Also, das ist ein bisschen wie ein Wettbewerb. Ich möchte einfach mit deinem Hand und schau. Und da! Da, ihr seht? Gut. Es scheint zu einfach. Ja. Wir holen einen anderen Hügel. Also, wie lange warst du in der Nähe? Oh, Jahre. Na, muss man ein Jahr. At least. Oder knapp. Das ist ziemlich viel range. All water under the bridge now. No pun intended. Wir sind, glaube ich, im vierten Chapter. Also, Kapitel 4, glaube ich. 42% der Story. Heute spiele ich zum ersten Mal hier die Story wieder weiter. Zack. Okay, hier musste ich gerade mit einem Stick suchen. Drei Stück. Okay. Okay, das ist mir jetzt neu, dass man da mehrere rausholt. Zack. Okay. Okay, komm mal. Lass uns noch einen anderen Hügel. Es wird nicht viel wie ein Gumbo, wenn wir nicht mehr finden. Ja. Ah, guckt mal. Jetzt bekommen wir die Eier. Wir können sie doch einfach abknallen. Ich verstehe das nicht. Kapitel 3 schon sehr gut. Also normalerweise sind sie nicht aggressiv. Ich habe sie noch nie aggressiv gesehen, aber anscheinend ist es hier anders. Das ist mir aber vollkommen egal. So, guckt mal, hier sind die Eier. 2,50 kostet ein Ei. Also ihr bekommt 2,50. Wir haben drei Stück, sind schon 7,50. 14 Dollar im Endeffekt jetzt. Weil hier sind noch mal drei. Ja genau, wir haben ja heute über die Eier diskutiert. Ich zeige euch mal auf der Karte, wo das ist. Also hier sind wir. Hier ist glaube ich das Lager. Und hier neben dem Lager, da waren die Eier. 57,50? Das ist die schlecht. Okay, wo ist der Kasper jetzt hin? Achso, der ist schon am Boot, okay. Ja, das war jetzt so eine kleine Nebenmission. Ich habe heute übrigens richtige Scheiße gebaut, Leute. Richtige Scheiße. Ich habe ein seltenes Tier getötet. Erzähle ich gleich. Also ich kann euch eine Sache sagen. Wenn ihr auf die Jagd geht, nach legendären Tieren spüren, gespeichert habt. Ich habe heute voll die Kacke gemacht. Ich habe einen legendären Fuchs gejagt. Und dann habe ich aus Versehen seinen Pelz gedroppt und habe ihn vergessen, habe es übersehen. Und das Problem ist, diese legendären Tiere, die könnt ihr nur einmal erlegen. Wenn ihr sie einmal tötet, sind sie weg. Und wenn ihr ihre Pelze nicht an diesen Trapper verkauft, werdet ihr die Gegenstände, die ihr herstellt, niemals bekommen. Und das ist mir leider passiert jetzt. Ich habe nicht gespeichert, ich habe den Fuchs gejagt, habe zu spät gemerkt, dass ich den Pelz fallen gelassen habe. Und ja, der Fuchs ist weg. Also den Bären habe ich, seht ihr, aber den Fuchs habe ich leider verloren. Ja, also das kann man auch nicht mehr rückgängig machen. Also passt da gut auf, speichert ab, wenn ihr die legendären Tiere jagt. In echt sind die viel größere Schätze mal zwei bis drei Meter. Wuss, okay. Bist ihr sicher? Zwei bis drei Meter Durchmesser? Okay. Thema weiß ich noch nicht. Also da werden wir gucken. Ich habe da noch nichts geplant. Okay. Also gehen wir zur nächsten Mission. Wir haben noch zwei Hauptmissionen hier im Lager. Hallo Mary Beth. Wie geht's dir, Arthur? Hi. Wie geht's dir? Ouh! Well, I'm well, I think. It's been quite a run we've had, but we're still alive. So, no regrets? Regrets for what? Well, for joining this band of maniacs. If you're a girl without means in this world, life is very scary. You boys care for me before no one cared for me. Well, life weren't very nice, Arthur. Not after Mama got typhoid, and that was a long time ago. Sure. What about you? I heard you ran into that merry girl. Yep. And? You got me thinking how that all ended. Long time ago now. What happened? She didn't love me enough, I guess. Or I wouldn't change. Well, she was a fool then, Arthur. Well, she put a lot of good years in. She went on an outlaw, but she definitely was a fool. In these books, life seems so simple, but in reality, I can't make head nor tail of it. Mr. Morgan! Mr. Morgan, we have a problem. A real problem. It's Tilly. What? She's been taken by them Foreman Brothers she used to run with. Come along! The Foreman Brothers? What are they doing here? Well, I don't know what they've been doing here, but I can tell you what they're going to be doing here. Dying! Sure. Do we need more guns? You and I can handle this, Arthur. Okay. Where are we heading? I'll tell you on the way. Just get going. Okay, schade, ich wollte noch schlafen, weil nachts ist es nicht so schön. No, she's at a place called Radley's House. So? West to there. How do you know? When we first got here, she told me she was worried that our camp was near a safe house that gang she ran with used from time to time. And you told Dutch? No. She spoke to me in confidence. I suppose I didn't think it would be a problem. And now it is. Oh, yes. What do they want with her anyway? I think I saw one of the foreman's hassling her in Valentine. Yes. They probably followed us down here. You don't know what happened? She killed one of them for good reason, but clearly they don't see it that way. Tilly? Yes. Young Tilly Jackson isn't as sweet and innocent as you might think. But like I say, she was defending herself. She fled and fell in with us right after that. I just hope you can get to her in time. It's not too far. If they've touched a single hair on that girl's head, I will eviscerate the sons of bitches. See? You do care, Miss Grimshaw. Anyway, talk to the folks who disappear. Have you seen that boy Kieran since the party for Jack? Okay. I think that's the place up ahead. Yeah. I think there's a guard. I'll deal with him. What you want? Kind, sir. We're lost and in need of some help. Now get out of here. Oh, I see that kindly face of yours, and I know that for the right and do Smith, a gentleman such as yourself could be mighty kind. Oh, get out of here. Oh, now you keep saying that. You don't mean nothing by it. I said... You... And your last words. Well, what are you waiting for? Get in there and find our girl. Okay, krass. She's echt brutal. I'll take that. She's brutal. What the hell? What the hell do you think you're doing? Fuck. Ups. Sorry. Sorry. Ich dachte nicht, dass er gleich auf mich losgeht. Okay. Sie haben anscheinend irgendeine Pussyta entführt. I'll cut those bastards off! Billy! We're coming for you! I'll wait and move! Tell me. Was soll denn? Ach, die. wo sind unsere waffen ich glaube das nicht das ist nicht unser pferd deswegen jetzt verstehe ich märz also solche fragen zum persönlichkeitsentwicklung und so weiter das kannst du mir natürlich morgen einfach stellen ich merke mir das nicht ja also schreibt mir einfach dort morgen in der will talk show dann dann werde ich das beantworten weil ich merke mir das jetzt nicht so so alles nachts ist echt schwer oh oh ich denke ich denke ich denke Ah, okay, wir müssen ihn entfangen. Zack. So, dann haben wir. Hi, Dennis. Nachts sieht man nicht genau, ja, wo man hinreitet. Okay, wir haben ihn gepackt. Du hast die erste Idee, was du in das? Ich bin Anthony Foreman. Oh, danke für die introduktion, Anthony. Ist das ein Foreman mit einem A? Ich will der Untertaker es richtig sagen. Du lustig wunderschön. Wer bist du mit? Sie hat dich nicht gesagt? Sie hat mich nichts gesagt. Diese Rumpf ist... ...kutten in mich. ...kutten in mich. Oh... Das ist weg. ...kutten in mich. Oh... Das ist weg. ...kutten in mich. Sie hat dich überrascht, wie sie mir gemacht hat. Ich würde mich zerstörten, wie ich sagte, ich würde. Jetzt zerstörst du dein Mund jetzt, Anthony. Ich habe genug gehört. Sonne... ...kutten in mich. Okay, hier ist dein Mann. Jetzt bin ich mal gespannt, was er mit ihm macht. Jetzt bin ich mal gespannt, was er mit ihm macht. Okay. Dann macht man mit ihm. Ja. Siehst du diese Frau? Sie lassen sie allein. Sie hat meinen Cousin töten. Dein Cousin hat es gekommen, Anthony Foreman. Ich weiß nicht, ob sie hat deine Mutter und ihr Mutter für Essen hat. Sie ist meine. Sie hat deine. Sie hat deine. Ich weiß, dass meine Freundin immer sagt, ...revenge ... ... ist eine fool's game. ... 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 Ach, das ist die seine Typ, der sie in der Stadt verfolgt hat. Arthur. Jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. Ja, sie wollten sie nicht in Ruhe lassen. Ja, ja, das ist der Typ, der sie in der Stadt verfolgt hat. Ja, Arthur. Aber ich habe seinen Husten verletzt. Geh' weiter. Puh, bei dem fällt es mir echt schwer. Du weißt meine Wahl. Ach, komm, soll er gehen. Komm, wir gehen dich nach Hause. Soll er gehen. Wenn er sich nochmal traut, dann wird er es bereuen. Jetzt komm her. So, verschwinde, Spacko. Ich bin immer Fan davon, die NPCs leben zu lassen. Weil, sollten sie dann uns nochmal hintergehen, haben wir immer noch eine Chance, irgendwas zu machen. Manchmal wendet sich alles zum Guten sogar. Ja, wenn wir sie am Leben lassen. So, das haben wir auch erledigt. Jetzt geht es zu der nächsten Mission. Hier gibt es anscheinend nochmal einen Charakter. Okay, krass. Es gibt hier so Nebenquest-Charaktere. Fremde Personen heißen die, glaube ich. Auf der, auf der Karte. Oh, schon wieder der. Ja. Oh, shit was jetzt. Oh, shit. What you fools up to? Is Mr. Black's fault? His fault the Darky White! Although, I don't know why they call them that, look at em. Don't you start now. I'll knock the color clean off you, come on! Alright, alright, come on. And I'll tow you, you lily livid- Enough! Enough! You two fools look like you've just run off a chain gang. Yeah, one of it. What are you doing? Starving. They got bounty posters for us all over town. And we can't go into town to get supplies. Say, mister, maybe you can do us fools a favor. We ain't bad guys at all. He's okay, even for a darkie. Shut it, you pasty-faced streak of piss! Yeah, I had it up to here with you. Enough! Do you a goddamn favor what you want. Maybe you can go into town and take down them wanted posters of us. Okay. Maybe meet us back at the campfire in the woods and tell us how you did. Maybe bring us a little bite to eat? Don't push your luck. Nice fella. Yeah, you love nice fellas. Don't you start up again? Just shut up! You shut up! Come on! Was sind das für Spasten? Was ist mein Pferd? Komm schon. Stimmt, stimmt, stimmt. Okay, ja, machen wir das. Helfen wir denen kurz. So, ich guck mal kurz auf die Karte. Wo sind... Hey? Hier ist unser Pferd? Ah, ja, genau, stimmt. Wir sind ja da hingeritten. Stimmt, stimmt, stimmt. Okay, also in der Stadt gibt es Poster angeblich von ihnen. Schauen wir mal. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, Freunde, was das hier für ein... Oh, ich glaube, jetzt können wir es kaufen. Endlich. Guck mal kurz. Und scheinen geht es jetzt endlich. Start bringing out a box for yourself. If you don't got that money, you are Leopold Strauss. I, I don't... I, I need more time. Doesn't everybody. That gasket for you? But you want another. Wait, 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 wait. I, I can get it for you. Okay. But, uh... Wait, uh... Come with me to the churchyard. And stay close. Hm? Alright. Okay, jetzt wissen wir es. Also, das ist diese Geldeintreibung. I'll get you your money, but, uh... Why would you see? What ain't right is borrowing money you can't pay back. I guess, I guess, I guess you're correct, but, uh... This, it ain't exactly right, what we're doing. You ain't the first to put his hand in the collection box, and you won't be the last. Rest a little easier knowing church has been taking more than they need off poor folks since time began. Well, like I said, well... The morality of the matter is a little more confusing than that. Okay, you head on in the church, I'll keep watching. Well, it ain't in there. Wer klaut jetzt, glaub ich, was aus der Kirche? Damit er seine Schulden begleichen kann. Jesus! But she got a bunch of jewels in there that she don't need. Oh, man. Das Spiel ist so verrückt. Oh, damn it. There's a bunch of people here. Oh, I got it, I got it. Look, you clear them off. And I wait right around here. Okay. We don't hurt nobody. We don't want no fuss. Okay, wie kann ich das machen? Er kann höflich bitten. Versuch mal höflich. You two might want to find somewhere a little more private. We were fine until you got here, Mr. Good day now. Okay, sie wollen nicht gehen. Okay, done. Get out of here, kids. Move! Come on. I knew we shouldn't have been here. Okay, darauf haben sie gehört. So, hier haben wir noch jemanden. Probier mal höflich. Ma'am, would you mind clearing out of here for some maintenance work? Oh, gladly. It's about time this place got cleaned up. Okay, sie ist normal gegangen. Sehr schön. It's all clear. Alright. Now go watch the game. I'll get to this, uh, Exhumation. Wache stehen. Von der kranken Missionen. Ja, sie geht jetzt. Da kommt jemand. Nein. Kommst du nicht rein. Ich habe die Bärenmütze. Hello there, Sir. Nein. Die Kirchgräume sind dicht. Okay. Okay. It's, uh, Good of you to be doing it out of hours, I guess. I'll come back in the morning. Okay, jetzt verstehe ich, warum wir die Mission nicht hatten. Also, wir können sie nur abends und nachts machen. Und was sagt er zu der Mütze übrigens, Leute? Habt ihr schon gesehen? Die kriegt ihr vom legendären Bär. Wenn, wenn ihr die Haut an den Trapper, an den Trapper verkauft. Okay, was ist jetzt los? Wie lange braucht das der? Ich finde die so geil, die Mütze. Ich will sie gar nicht ausziehen, ey. Das Problem ist, sie ist, sie, sie, ähm, ist in heißen Gegenden nicht so gut. Deswegen müsste ich sie eigentlich ausziehen jetzt. Außer wir gehen dann in eine Schneegegend. Da ist alle anderen. Uh-huh, das ist so, wie es ist. Die Dinge, die wir gemacht haben, haben wir gemacht. Du und ich, die Dinge gehen würden. Ich sicher würde. Hey, schau, wir sind geöffnet für etwas, ähm, Excavation-Work. Wollt ihr mich? Nein, ich werde dich überhaupt nicht mindern. Du gehst mit deinem Geschäft, wir gehst mit unserem. Okay, dann machen wir das so. Okay, meine Mütze verdampft doch mal. Malte, der überschlägt sich da fünfmal, Alter. Ein Schlag und der überschlägt sich irgendwie fünfmal. Ja, komm her. Kacksacker. Ich weiß jetzt auch, woher ich dieses Bastard immer hab. Weil hier, sie sagen ja wirklich alle zwei Wörter, sagen sie Bastard. Die haben mich erzogen, ja. Rockstar Games. Okay, ich glaube, jetzt hat er sein Zeug endlich mal erledigt. Okay, sind sie tot oder was? Er scheint. Ja, so wie der sich überschlagen hat fünfmal. So, meine Mütze. Aufheben. Meine geliebte, schöne Bärenmütze. Ich finde, der schaut noch viel krasser jetzt aus durch die Mütze. Als wäre irgend so ein perverser Barbar oder so. Okay, so, er ist fertig. What the fuck, was macht er? Oh, fricking me, Mrs. Claypole. Was hast du gefunden? Sie hat eine Brücke hier. Sie sieht wie Diamanten. Der hat tatsächlich eine Frau ausgegraben, um seine Schulden zu begleichen. Ja, das wird das tun. Leute, nehmt keine Kredite auf. Krass. Guckt euch das an. Heftig. Okay. So, das haben wir erledigt. Was haben wir hier noch? Hier haben wir noch eine. Können wir auch gleich das Kopfgeld bezahlen. So. Nice. Und dann sollten wir uns mal die Glatze wieder schneiden. Klick. Hi Dennis. Nice. Okay, dein Kumpel hat auch geholt. Nice. Ja, das Spiel ist echt geil. Vielleicht kommen wir ja bald alle zusammen online zocken. Okay. Glad you dropped in. I've got that information. Mhm. 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 Kopfgeld bezahlen. Erstmal. Was haben wir? Fünf Dollar. Passt. Best I give it to you now. While there's no line. Zugfahrkarten. Kopfgeld bezahlen. Nach schwarz gebrannten Fragen. Mhm. Mhm. So, da haben wir noch einen Steckbrief. Untersuchen. Da sind die zwei Typen, die uns gebeten haben, vergrößern, lesen, umdrehen, weglegen. So, dann haben wir mal ein Pferd. Nice, eins von fünf. Okay. Müssen wir die suchen, oder was? Ey, so wie das ausschaut, müssen wir die suchen. Weil die werden auf der Karte nicht angezeigt. Okay, die haben so einen kleinen Challenge sozusagen eingebaut. Ja, ich denke, das ist nicht schwer. Wir laufen mal kurz ab hier die Stadt. Ich muss sowieso noch hier ein bisschen vorbeischauen in den Läden. So, gucken wir mal. So, da ist noch einer. Also, die müsst ihr selber suchen. Guckt mal, hier ist noch einer. Oh, der blockiert ist. Okay. Poster. Oh, I'll move all right. How's this for moving? What the fuck? Was ist hier los? Okay, du kleiner Strolch. Oh, shit. You ain't the law, you. Bum. 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 He. Die Schlägereien taugen mich hier richtig geil. Bam. So, zweites. Die Bärenmaske ist geil, oder? Entschuldigung, aber ich will es nicht holen. Ich komme gleich wieder. Okay, alles klar. Ja, du musst doch nicht holen. Okay, wo ist unsere Bärenmaske? Unser Markenzeichen. Klick. So, zwei haben wir. Zack. So, hier ist noch eins. Nice. So, wir haben noch zwei, zwei fehlen noch. Hier ist noch eins. Oh, der sucht nach ihnen. Okay. Ja, dann müssen wir ihn erledigen. Und so werden diese Bärenmaske. Sorry. Du wolltest ja nicht hören. Okay, kostet uns jetzt ein bisschen was, aber gut, ich will die Mission machen. Wer wollte ja nicht, dass wir mit ihm normal reden. Oh, wir hatten gesucht, wir müssen kurz abhauen. Okay, das Pferd ist nicht da. Ich hoffe, wir können zu Fuß fliehen. Ich denke schon. Einfach aus dem Umkreis raus und dann warten bis die Anzeige. Oh, was ist das denn? Was ist das denn für ein Pferd? Warum steht das hier einfach? Okay, dankeschön. So, wir warten mal kurz weg. Gleich kommen wir wieder. Wie gesagt, oben rechts ist die Anzeige. Ah, die seht ihr jetzt nicht. Da, da ist sie. So. Ja, bis jetzt haben wir jetzt nur ein paar Nebenmissionen gemacht. Bin schon gespannt, wie es in der Hauptgeschichte weitergeht. Aber ich liebe auch diese kleinen Nebenmissionen. Die sind einfach geil. Ich mach mal so hier. Nee, eigentlich ist hier besser. Zack. So, also gehen wir mal zurück. Ich glaube eins fehlt uns jetzt noch. Schauen wir mal. So. Schaut es aus. Oh shit, ich hab den Hund getroffen. Sorry. Okay, ist hier was? Hier ist auch nichts. Hm. Oh shit. Oh, das haben wir Pferd. Okay, das lebt noch. Oder? Okay, es lebt noch. Sehr gut. Hm. Wo könnte noch so ein Poster sein? So ein Steckbrief. Hier hatten wir eins. Und hier. Irgendwo muss das doch sein. Ah, da guckt mal. Okay, wir haben das letzte. Zierquäler. So. Klick. Nice. Okay, wir haben es. Jetzt können wir die Mission weiterführen. Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. So, da sind sie. Die zwei Spacken. Die sich da ständig rumstreiten. Klick. Klack. Ich glaube, das war zu viel. Nee, fast. Manchmal springt es ordentlich. Manchmal fallen wir auf die Fresse mit dem Pferd. Okay, hier müssen sie irgendwo sein. Da, wie sieht das Feuer? So. Er bewegt sich wieder wie eine Schildkröte. Er hat einen Pferd? Erstmal, ich würde es haben. Aber er hat sie sterben, bevor ich konnte. Und zweitlich, er hat es kommen. Er... Ich würde es nicht sagen. Also. Es wird nicht mehr so, dass ich meine Briefe verbringe. Es ist kein Business mit mir. Hier sind die Posters. Danke, Partner. Ich bin gespannt. Das ist das. Freie, am Ende. Freie von dir, zumindest. Na gut, nicht ganz. Nein? Wir müssen... Wollen wir einen Moment erst, und sehen, ob jemand auf der Straße ist. Du bist richtig. Okay, das haben wir abgeschlossen. Steckbrief. So, da müssen wir hin. Wo ist unser Pferd? Okay. WTF, wo ist das? Ah, hier. Jo, danke, Dennis. Ja, komm schon. Okay. So, machen wir weiter. Ihr müsst halt wissen, dass, wenn ihr die Hauptgeschichte macht, kriegt ihr einfach neue Waffen, neue Gebiete, und so weiter und so fort. Also, man muss schon ein bisschen weiter zocken, auch wenn man gerne jagen würde. Ich bin gespannt, welche Gebiete es hier noch gibt. So. Ich habe auch heute kleine Vögelchen gefunden. Das waren so grüne Sittiche. Die kostet... Ein Vogel kostet, glaube ich, 1,90, wenn ihr den verkauft. Da sind ganze Schwärme, die rumfliegen. Oh, 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 alles gut, alles gut. Wenn das Pferd so rumspringt, dann habt ihr übertrieben mit der Ausdauer. So, Pferd, trink mal ein bisschen, Pferd. Oh, okay, der haut hier einfach eine Spritze rein. Okay, crazy. Das hat jetzt unendlich Ausdauer. So, guckt mal, die Ausdauer geht gar nicht weg. Wildschwein. So, nehmen wir mal eins mit, ein Wildschweinchen. Ah, ich glaube, Wildschwein könnt ihr gar nicht mitnehmen, ihr könnt nur die Haut mitnehmen. Wer von euch findet auch den Hype von Front Knight unnötig? Ja, was heißt unnötig? So, jeder Hype ist halt ein Hype, es gibt nichts Unnötiges. Ich zocke jetzt auch nicht Front Knight, aber es gibt halt beliebte Sachen. Okay, der andere Dennis ist auch am Stiesel. Was ist los? Oh, was macht der Lenny hier? Ah, okay, wir sind ja hier schon weiter. Das ist ja unsere neue, das ist unsere neue, unser neues Lager. Guckt mal, das ist das dritte Lager. Nice, oder? Ich guck mal, ob wir jetzt neue Sachen upgraden können, das habe ich gar nicht geguckt. Uh, wir können jetzt Poker spielen. Hier im Lager, krass. Da, guckt mal, hier können wir Poker spielen, krass. So, ich gucke jetzt mal, ob wir upgraden können, ob jetzt neue Sachen dazu gekommen sind. Kleine Villa hier. Wo ist unsere Lampe? Okay, interessant. So, wo ist das hier? Ah, da oben. Das ist im zweiten Stock. Ich glaube, wir können jetzt noch mehr upgraden. Ab zum Trapper. Genau. Unser bester Freund. Ich finde ihn so cool. Okay, gucken wir mal, was können wir hier machen? Das ist unser Zimmer, oder was? Ich habe das noch gar nicht angeguckt. Untersuchen. Was ist das denn? Was ist das denn? Oh, schon wieder. Ich bin wieder. Ich wollte dich nicht gut. Ich wollte dich bedanken für deine Hilfe mit Jamie. Er und Vater sind immer noch zu sprechen, aber ich verstehe, dass Jamie sich über die Schule zurück zu gehen. Whatever passiert, ich glaube, dass du seine Leben saved hast und wir alle wirklich glücklich sind. Oh, Arthur. Oh, Arthur. I have made such a mess of my life, time and again. Why can I not change and be the woman I want to be? Why couldn't you change and be a man and put down all those fantasies that shroud your judgment? Life is very confusing and I see now that I am not very good at it. I'm afraid we've got ourselves into another mess. It's not my fault, but I need your help. I'm staying at the Hotel Grand in Saint Denis. Oh, Arthur. I know it is wrong to ask you, but I have nobody else and for what we once had together, I beg of you, even though I am ashamed to do so yours, Mary. Er hat echt Probleme, Adler Auge auf Xbox denke genauso, also die Sticks einfach, die kann man ja bei Xbox auch drücken, einfach drauf drücken, zusammen. Wichtig ist, dass du keine Waffe in der Hand hast, ja, also du darfst keine Waffe in der Hand haben. Das müsste gehen. Wie alt bist du? Sieben Jahre? Sieben Jahre alt, okay. Das ist ein Spiel ab 18. Okay, umziehen, okay, ich würde mal sagen, Leute, wir tun mal die Kopfbedeckung weg, weil ich will mir wieder eine Glatze schneiden und unser Bad eskaliert extrem. Ich gucke jetzt mal, welche Stufe das ist, weil wenn das jetzt die letzte Stufe ist, dann will ich ihn endlich mal abschneiden. das war ja unsere Challenge. Nehmen. Okay. Rasieren. Der Bart ist schon viel zu krank. So. Bart. Ey, Leute, wir sind erst auf Stufe 8 mit dem Bart. Bart. Okay. Das ist crazy. Also es gibt noch zwei Stufen vom Bart. Ich muss ihn leider dran lassen, auch wenn er mir überhaupt nicht gefällt, aber ich will mal bis zu Stufe 10 kommen. Hade. So. Wo ist unser Upgrade? Hier lernt man noch Englisch nebenbei, genau. Wo können wir upgraden? Ich gucke mal schnell auf die Karte. Ich kenne dich von meinem Bruder. Er hat mir empfohlen, diesen Kanal zu abonnieren. Okay. Okay, hier ist die Kasse. Hier ist die Lagerkasse. Kennst du Arthur? Ah. Okay. Ich weiß jetzt, wer der Bruder ist. Der ist im Bootcamp, oder? Dein Bruder? Der Arthur. Okay. Also hier, hier ist das Zeug. Ich gucke, ich gucke jetzt mal, ob wir noch weitere Sachen upgraden können, weil wir haben jetzt ein neues Gebäude. Okay. Gucken wir mal. Nein. Hier gibt es nichts Neues. Hier gibt es auch nichts Neues. Hier auch nicht. Okay. Das wundert mich. Okay. Also es ist nichts Neues dazu gekommen. Das wundert mich. Obwohl wir im Haus leben. Na gut. So. Machen wir weiter. Oh. Leute. Ich glaube, wir haben unseren eigenen Trapper. Im Haus. Das ist doch das Symbol vom Trapper, oder? Wartet mal. Oder was ist das? Ach nee, das ist etwas anderes. Ich dachte, wir haben unseren eigenen Trapper im Haus. Das ist gut. 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 Was sind Sie brauche? Eine Stage. Das ist eine Stage, kommen zu. Das ist gut. Daher kommen wir, dieses Papa, hat ein paar Geld abbiegen, und kein Sicherheit, als es geht um den Riedort lang zwischen hier und Catfish Jackson. Okay. Das ist wert. Du und... Wer? Ich weiß nicht. Ich dachte, ich würde es selber machen. Es wird unprotected sein. Es wird eine große Sache, aber... ich sollte gut sein. Es gibt keine solche Sache als unprotected. Jetzt. Wer willst du mit? Ich glaube, du. Jetzt. Okay. Ich brauche keine Hand zu halten. Oh, komm mal, Kind. Aber wenn wir es entscheiden, wenn wir es hatten, dann nehme ich halb das Geld. Was ist das? Was ist das? Was ist Dosengemüse? Dankeschön. Oh, du bist noch 20 Jahre alt. Die Zeit wird kommen. Komm. Also ich sage es nochmal. Auf der Xbox ist es genauso. Einfach durchdrücken. Die zwei Sticks. Da ist unser Pferd. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Mal sagen, Stoffe 10. Mal sagen, ich habe dir diese Informationen gegeben. Du wirst ihm Geld oder eine Hand geben? Du musst mir einfach auf mich glauben, ich glaube, ich muss mir schaust. Okay. Okay, ich mache das. Du hast sich mehr als selbst verbessert in den letzten sechs Monaten? Don't forget, I was on the run for murder before falling in with you boys. For three years. It ain't like I'm new to any of this. Yeah. Those fellows, who killed your father? Yep. And I do it again right now. Of course. So, where is my Sharpie? Sharpie. And here we take the flint. Watch it! Oh, sorry. Dax. Dax, first and Lux. Okay, here we are. Okay. Let's leave the horses off the road to the right here. I figured you'd take a position behind these rocks. Yeah, seems good. The stage should be coming up the river from Catfish Jackson anytime now. Mhm, die kommen jetzt gleich. Ich weiß nicht welchen Arthur du meinst, also ich kenne nur einen Arthur, der im Bootcamp ist. Ich denke das ist dein Bruder. Okay. Okay. Okay, der rastet gleich aus. Okay. 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 Just take it easy. Alright boy. Anyone else? Anyone inside there? Answer me! Ich hatte leider kein Detail. Scheiße. Ich dachte ich hab nen Detail. Okay, das war ne Falle. Okay, shit. Ja, ich dachte ich geht schon nah ran. Schalte mein Detail. Nein. Ich hatte keins. Eher mal schön hingucken. I figured we take a position behind these rocks. Yeah, seems good. The stage should be coming up the river from Catfish Jackson anytime now. So, können wir was saufen? So, was haben wir hier? Das füllt alles auf. Das füllt Deadeye. Klicks. Kautabak. Und wenn das. Also normalerweise muss das gehen auf der Xbox. So, Freunde. Ich geb euch jetzt take it easy. So, nimm. Take it easy. Noch jemand? Noch jemand? So, take it easy. Hier, noch jemand? Hier, take it easy. Hier. Hier, take it easy. So. Fertig. Can I be with god? You laugh? Are you? Evidemment. Yeah. That was not the way I was expecting things to go. You took us into a trap. Look. I'm telling you, it was good information. Wait. Look. Look, there's some money here. Not much. Ja, es ist nicht viel, weil es war ein Trapp. Stage-Kompanien machen das immer so. Wir setzen Trapp, um zu füllen, wie du und ich. Ich fühle mich wie ein Füller. Das ist gut, weil du bist. Passt doch. Passt doch. Take it easy. Und vergesst nicht immer dir. Oh, ich habe eine Franchise-Anfrage bekommen. Vergesst immer nicht die Leichensplündern. Das ist auch Kaufenkohle. Wir gucken jetzt mal. 13 Dollar. Und noch eine Uhr. Das ist Haufenkohle. Flintenmunition, Kautabak. Zack. Zack. Nice. Noch eine. Oh, Dennis. Okay. So, das haben wir erledigt. Das ist unser Pferd. Ah, da ist es. Unser neues 1000 Dollar Pferd. Klick. Oh. So. Gucken wir mal wieder auf die Karte. Ah, hier ist nochmal Geldeintreiber. Mission. Das machen wir auch gleich. Wir sind in der Nähe. Ist auch alles Geld. Außerdem ist es immer interessant, was das für Missionen sind. Ich freue mich morgen schon auf die Jagdmission. Was ist das für ein Marder? Dachs. Ein Dachs frisst den Lachs und wir schnappen uns den Dachs. Seit zwei Tagen, sehr schön. Ist das dann? Ist das dann? Ich habe mich verschaut. Ich dachte, da ist irgend so eine Kakerlake oder sowas gewesen. Hier muss irgendwo ein Fischer sein. Fisherman's Friend. Wo bist du? Hallo? Bist du im Haus? Komm raus. Zack. Ich nehme ein Messer in die Hand. So. Geld her. Okay. Achtet ihr auf. Okay. Wo ist er denn? Ist sich hier versteckt oder? Oh. Da ist eine Kiste. Untersuchen. Okay, dann müssen wir ihn ja gar nicht befragen. Hier ist wahrscheinlich das Geld. Nehmen. Nice. 13 Dollar. Okay. Krass, wir haben ihn versteckt. er muss irgendwo seine seite das ist eine wolke und innerhalb dieser wolke kann er sich irgendwo verstecken ich guck mal oder ein bisschen nachts kommen oder sowas ich guck mal vielleicht das irgendwo hier am wasser da ist er da sitzt da das heißt er hat alles versorfen ja ich glaube die fachstanz das mit dem lachs ist doch ein klacks seit drei tagen spielen die leute an der bart ist noch auf stufe acht erst drink annehmen ich glaube dass die mich dann vergiften aber gut ich probiere mal ich wusste das ok du kleiner bastard ok ein schlag reicht oder was los was los was los ich glaube das reicht wer will uns blöd kommen was los ja solche ratten mag ich überhaupt nicht die uns verarschen noch ein bisschen was hatte ich ja ersten kredit aufnehmen und dann nicht zahlen wollen da sind die besten hier sind kippen drin wenn er so weitermacht kriegt er noch krebs so vielen kippen die ausdauer wieso nimmt er sie nicht dieser gegenstand keine weitere tragen ich habe doch zwei gerade geraucht es gibt zwei verschiedene guckt mal die gerätten und dann prämien und die gerätten oh mann das ist der modus jetzt jetzt kann man sie nehmen was haben wir hier noch ja wir haben jetzt ein bild seht ihr 1 von 12 geil also für alle dies nicht wissen man muss diese zigaretten rauchen damit man sammelbilder kriegt und es gibt so quests da da müsst ihr im endeffekt komplette sets dieser bilder sammeln was ist hier da ist noch was er hat irgendein gewehr sagt was ist das für ein gewehr das haben wir jetzt fallen gelassen das ist unsere unsere knarre die war die war besser was habe ich hier brauchen ist doch ungesund ja wann wird hier gezwungen zu rauchen hier durch rauchen verbessern sich gewisse zustände hier die gesundheit verschlechtert sich aber andere zustände verbessern sich bei alkohol ist hier genau dasselbe hier muss was sein aber ich habe doch alles genommen das oder was und dann müssen wir die waffe nehmen das verstehe ich nicht ja wird man gleich sehen so gehen wir immer rein solche missionen taugen mir nicht so was bist du hier unten hallo komm raus komm raus ja gut der kann nichts dafür er kann nichts für die sünden des vaters da haben wir ein bisschen cool was haben wir hier schokolade was ist dann was will der bis deine aufs maul oder was zuerst greifen die mich an und dann was ist hier hier haben wir auch alles hier ist noch was guck mal sammelbilder ok der also der jetzt hat er mich provoziert guck mal der sammelt auch hier sammelbilder 2 von 12 ok jetzt hast du mich provoziert freund hallo ich kann nichts machen aber wartet mal was ist damit hallo hast du probleme so jetzt ist er ruhig da ist mir auch der eine minuspunkt wert damit endlich die schnauze hält hier ok was haben wir hier was haben wir hier pistolenmunition oh so digga ich sag's dir nochmal das du drückst einfach auf dem controller hier die sticks durch ja einfach drauf rein drücken und wichtig ist du du darfst keine Waffe ausgerüstet haben. Guck mal, ich zeig's dir. Da siehst du. Also ich zeig's dir nochmal. Guck, ich hab keine Waffe. Jetzt drück ich. Zack. Und dann hab ich die Adlersicht. Das muss gehen. Okay, so gehen wir hier raus. Klick. So. Ich mag solche Missionen nicht. Aber gut, wir müssen sie halt erledigen. So, den Dachs haben wir auch noch dabei. Da ist er, der kleine Dachs. Und wir verkaufen ihn einfach an den Metzger hier in unserem Lager. Wir müssen da sowieso hin, da ist eine Hauptmission. Also ich muss sagen, jetzt wird's wieder ein bisschen langweiliger, weil gestern Abend ist ja voll die Post abgegangen. Mit dem Mafia-Boss. Dann die Plünder. Oh the fuck, was geht's hier? Hey, 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 hey. What the fuck, ein Maschinengewehr? Das will ich jetzt mal ausprobieren, Leute. Komm, ich will das mal ausprobieren. Was macht er? Hey, komm. Okay, ich kann nicht ran. Schade, man. Das würde ich gerne ausprobieren. Oh, what the fuck, was ist jetzt los? Das Pferd dreht einfach durch. Okay. So, gehen wir weiter. Ich weiß noch, was das für Kaspar waren. Auf jeden Fall haben sie sich mit dem Falschen angelegt. So. Weiter geht's. Ein Angler. Und? Was geht bei dir? Er fischt. Ein Schweinchen. Okay, ein Schweinchen. Opa. Opa. Zum Krokodil. Genau. Kann man besnissen. Ah. Das ist John. So, wir sind jetzt da. Und können die nächsten Mission annehmen. Zack. Dann kommt das mit durch. Hm, der Typ. Ah, okay. Jetzt geht's endlich weiter. Endlich. Son of a bitch. We are ridiculous. Utterly. I ain't never been to a ball in my life. Nor have I, if I am being honest. I used to quite often. There can be fine pickpockets. No, 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 no pickpockets. We are here to make real contacts. What kind of contacts? I don't know. We'll find what we can. All I know for sure is we are going to a party at the mayor's house. And the guest of honor is the worst crook in town. I'm sure that we will find something. We are now invited to this Mafiosi to the mayor's house. Gentlemen, Luca, I'm afraid the mayor does not allow guns at official functions after last year's Incident. Okay, I hope that this is not the case. I believe he is expecting you. Follow me, gentlemen. Please, gentlemen. Signor Bronte will be so pleased that you made it. We are honored to be here. That's wonderful, wonderful. Come down this way. This is a party. It's a beautiful evening. It shall be. Mr. Bronte is a very good friend with the mayor. Good evening, Pierre. Signor Napoli? As long as the mayor behaves himself, you know. Mr. Bronte, he has a very good friend. He has a thing, you know. You know, respect. Jose, Bill. You join the party. We meet you out back every day. Hi, Martin. Ja, genau. Wir sind in der Stadt. Wir sind jetzt auf der Party. Beim Gangster-Boss. Irgendwas passiert jetzt. Ich kenne sie doch. Wir haben keine Schusswaffen. Das ist der Boss. Das ist die Gangster-Boss. Ja, das ist ein Teil, die uns beherrwachen. Wir sind ein Teil, das ist ein Teil. Ja, das ist ein Teil. Also, das ist Sandanee High Society. Ja, das ist ein Teil. Ja, das ist so. Und all diese Leute, die du- Sie sind von deinen, Sr. Bronte? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Aber sie sind sicherlich von mir. Wie dieser. Sie, der Wunsch ist der Mayor. Henri Lemieux. Okay, was machen wir denn da? Und das ist Hector Fellos. Das ist das Selbstverwachenbieter, Mann. Vielleicht, vielleicht wird ihn für mich verletzt. Ja, wir sind nicht verletzt, wie so. Nicht in cold-blood, auf jeden Fall. Ich wusste nicht, dass du so besonders bist, dass du nicht helfen kannst. Oh, ich bin bereit zu helfen in any way I can, within Riesen. Ich versuche, dass ich verstehen, was das bedeutet. Ich habe keine Offenheit, Herr. Ich habe keine Offenheit. Keine Offenheit! Ich habe keine Offenheit. All diese Volgär-Leute. Ich liebe mich. Ich habe keine Offenheit. Ich habe keine Offenheit. Na, es wurde wunderbar, mit dir zu sprechen. Aber ich kann sagen, dass du sehr beschäftigt hast. Und ich werde nicht mehr Zeit verraten. Ja, ja, ja. Geh, füchse dich selbst und mingle mit diesen Volgär-Leute. Das wird dich sehr lange für die Tage, wenn du dich schüttest, und schüttest du auf den Öffern. Das war wirklich die Tage. Guten Tag, Damen und Herren. Guten Tag zu Ihnen. Aber bevor du gehen, wie genau deine Pläne hier sind? Wir haben keine... Na ja... Wir brauchen ein bisschen Geld. Geld? Ja, natürlich. Aber es gibt Geld in der Trolley Station, um viel Geld zu halten. Ich konnte mich nicht in solche Sachen, aber du? Als Gäste? Ja, als mein Gäste. Mach es! Okay, guten Tag, Damen und Herren. Tschüss. Okay, Leute. Jetzt wird es gut sein. Dieser kranke Motherfucker. Okay, hat er zugesperrt. Okay. Jetzt warten wir die Party. Okay. Okay. Jetzt gehen wir die Party. Okay. Jetzt gehen wir die Party. Okay. Jetzt gehen wir uns wieder in der St. Danie. Ciao, ciao. Okay. Okay. Jetzt gehen wir uns zusammen. Wir haben das Party. This ist ein Powerful. Wir haben das Party. wir müssen so bürgermeister so ich glaube da war irgendwo in der mitte hier adlerauge hilft uns auch nicht mische dich unter die gäste ich glaube da war in der mitte irgendwo aber man sieht fast gar nichts das ist doch der bürgermeister oder der clown ja das ist so das intellektual here was just insulting me to garden the red skin i did no such thing mr. Lemieux i suggested that all of us as americans had a duty to take care of people living in this land and that extends to send Denise it ain't complex and you and only an idiot like you but he would try to make it so i will not deny you he does he so but Ich hätte ihn hier reingeschmissen, hier ins Wasser rein. Jetzt haben wir ihm einen Gefallen getan und jetzt wird er uns dankbar sein, der Bürgermeister. Das waren noch Zeiten, wo das ganz besonders war. Oh, ich glaube, jetzt passiert was. Nein, an den Sprechtexten kann ich nichts ändern hier. Wir müssen dem folgen. Wir dürfen nicht zu nahe kommen. Tolles Feuerwerk. Haltet sich von einem Diener fern, um nicht entdeckt zu werden. Okay, da läuft irgendeine Verschwörung. Flixen sich gegenseitig aus. Okay. Scheiße, hat er uns gesehen? Oder was? Was geht denn jetzt? Schau an mich. Wer du denkst du bist? Diese Umgebung ist nicht für die Liebe von dir. Du kennst das. Die Standards in diesem Haus sind schlafen. Das ist eine letzte Warnung für dich, Miss. Eine letzte Warnung. Jetzt komm aus meiner Seite. Okay, das sieht ja voll aus. Wieso hat er uns nichts gemacht? Okay, da haben wir Glück gehabt. Du bewegst dann Jostick. Nee, nee, ich bewege mich schon selber. Aber an den Missionen kann ich halt nichts verändern. Also mir wird halt gesagt, was ich schaffen muss. Und ich versuche es halt zu machen. Was macht er richtig ein oder was? Opa. Nee, der hat einen Schlüssel gehabt. Okay. Was macht er da? Shit. Hole das Kontrollbuch aus dem Schreibbuch. Schreibtisch. Okay. Okay, ist verschlossen. Ah, ich habe ja einen Dietrich. Nee, das war so ein Öffner. So ein Brieföffner. Okay. Ich gehe zu Dutch's Fire zurück. Okay, alles klar. Wir haben alles herausgefunden. Ich gucke mal kurz, ob wir das lesen können. Okay, ich kann das Menü gerade nicht aufrufen. Schade. Ich würde nämlich gerne die Nachricht lesen. Was dann da so geheimnisvolles stand. So. Bonjour Monsieur. Bonjour. Jun. Yellow pääste. Olha. En gas. groß. Ungefähr educated. Es ist so. Die Nachricht. Jetzt fällt in. Das ist ein Verbrauch von Zeit. Vielleicht nicht. Ich glaube... Herrmann... Ich glaube, dass wir hier sind. Was hast du jetzt gefunden? Es ist viel Geld, Musa. Natürlich. Und ich glaube, dass ich herausgefunden habe, wie wir einen großen Banken bekommen können. Echt. Aber noch nicht. Echt. 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 Wenn wir gehen, das könnte sein, was wir brauchen. Es gibt auch die Trolley-Car-Station, die Senor Bronte uns erzählt hat. Und ich habe gehört über ein hohen Stakes Poker-Games. Aha. Poker-Games. Da will ich auch noch ein paar spielen. So. Jetzt bitte unsere Waffen. Dankeschön. Okay, wir haben jetzt Informationen. Ich dachte, es wird ausatmen. Schmerzer, die sich aus verraten. Oh, ein hoher Soziations glutut. Wenn sie gefragt haben, fühlst du es eher wie Natreach. Das ist doch der Punkt, nicht wahr? Die Menschen sich nichts abundant. Hier ist die Partizisten. Hier sind die PAPIER, die ich verors poorest. Mal sehen, du nehmen, das nachzunehmen. Ich schwöre schon. Ich habe einen Er PEININD. Also wir erfahren noch nicht, was das für Papiere waren. Immer schön spannend halten, sozusagen. Ich bin gespannt, was da für Geschäfte laufen. Okay, das wird eine riesige Bank. Okay, das wird eine riesige Bank. Das sagt immer, dass das letzte Ding ist. Okay, alles klar. Sehr schön. Was haben wir als nächstes? Okay, hier haben wir nichts. In St. Denis haben wir noch hier einige bekommen. Was ist das? Fremde Person. Okay, dann machen wir das erst mal. Zack. Erst mal runter. Zack. Können wir auch gleich mal zum Friseur gehen. In St. Denis. Komm schon. Jo, bitte. Okay, da ist ein Subteat. Komm schon. Okay, jetzt geht's. Hoppa. Hoppa. Ich bin schon. Oh shit, ruhig, ruhig. Hier gibt es eine kleine Abkürzung. Ja, 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 ist gut, ist gut, ist gut. Da war ein Krokodil. Alles gut. Alles gut. Ich muss das Pferd einmal beruhigen ein bisschen. Auf dem linken Stick, also L3. Einfach durchdrücken, dann beruhigt er das Pferd. Alles gut. Okay, let's go. Hier gibt es eine Abkürzung. Okay, wir haben hier schon wieder ein Kopfgeld. Krass. Ja, ja, ist gut. So, hier muss was sein. Gucken wir mal. Hallo. Ich glaube, du kennst. Du, uh, well, I mean to say, uh, can you steal things? Is there a reason you're asking me to incriminate myself, Mr. Miller? Well, I'm sorry. Have you met? This is Raines Fall, a great chief, and his son, Eagle Flags. Gentlemen, I saw you in the wagon train crossing the river at Cumberland Falls, and at the party you were upstairs. You have great powers of observation. As my people, if we are even a people anymore, we've fought hard. We've made peace treaties, and those treaties were broken, and we've been moved and punished and punished and moved. I'm sure. And now I am told we are to be moved again. Clearly, contravening the peace treaty signed three years ago. This will lead to war. No, my son, will not. We cannot fight another war. They have got stronger, and we have become far weaker, Mr. Morgan. Well, it's a bad business. It's to do with oil. I know it is, but I need the proof. I believe there were some prospectors who were on their land a few months ago who have filed reports with Leviticus Cornwall and the state government claiming huge reserves of oil under their land. So, you want me to try and steal it? Obviously, they can't. And even more obviously, I would be useless. Listen, I realize that it is a ridiculous request, but we're very desperate. I'm not a do-gooder, Mr. Miller. Gentlemen, I'm very sorry for your predicament, but I'm a working man. I've got problems of my own. We will pay you very handsomely, Mr. Morgan. How much? I told you, they're all mercenaries. Hmm. There's a price on my head in two states, my friend. The government doesn't like me anymore than it does you. Like you, I've been running for as long as I can remember. And like you, my time here is now undone. We understand and we will pay. Thank you. The fuck is looking at me, the little one. Days near Citadel Rock, just west of the oil fields. Okay. We are very grateful for your help. Gentlemen, that appointment with the senator, we should head over there. It's a waste of our time. And his. No. We must try everything. Come along. Ah, this is a kleine bastard. No, Mr. Miller, the counselor wants to apologize. He can see you now. We've been waiting, I don't know how long. Or next month, if you'd like to reschedule. Come. Perhaps the senator won't mind waiting. Okay, alles klar. Also, die Indianer werden natürlich auch verarscht. Genauso wie die anderen. Okay, was ist hier los? Steckbrief. Wieso, es gibt keinen Steckbrief von uns. Okay. So, so. Und sie haben hier auch Problemchen. Ich würde mal erstmal hier diese Nebenmissionen machen. Und zum Friseur gehen. Erstmal zum Friseur. So, nicht, dass dann die Mission startet und wir können nicht zum Friseur. Zack. Ich muss sagen, die Haare wachsen hier so schnell, der Bart aber nicht. Ich habe mir halt fest vorgenommen, den mal komplett wachsen zu lassen. Und der ist dann rasierig hinab. Ich will nämlich sehen, wie groß der werden kann. What the fuck, was ist mit dem los? Okay, der hat einfach den Kackeimer auf ihn ausgeschüttet. Krass. Indianer gibt's, aber wir haben mit ihnen noch nichts zu tun gehabt in der Geschichte. Also, ich denke, das kommt erst. Dass wir dann mit ihnen Probleme kriegen. So. Auf jeden Fall. Okay. Haare. Das übliche, Freund. Zack. So. Okay, das schaut schon mal besser aus. Okay, hier ist eine Mission. Was ist das? Fremde Person. Unglaublich viele fremde Person, das es hier gibt. Das ist ja echt unglaublich. Die Welt ist voller Mission und sage ich euch. Krass. Okay. Okay, oben oder was? Wie kommen wir nach oben? Die Mission ist oben. Das ist weit nicht so weit. Ah, hier, guckt mal. Hier ist eine Treppe. Okay. Das ist eine Galerie. Okay. Was ist das? Das ist der Herr Charles Chatternay. Geh und sieh für dich selbst. Aber nicht auf mich. Okay. Oh, ein Cigan. Das ist sehr... ...progressiv. Ich bin nicht sicher, wie ich mich daran fühle, über die Progression. Schnellen oder so. Komm schon. Du hast nicht gesehen, wie es vorhin. Ich versuche. Das ist ein gutes Ding. Oh, ich... Warte, ich mach mich. Das dauert ja ewig, um die Karten zu sammeln. Okay. Also für alle, die es nicht wissen, in den Zigaretten gibt es Karten, Sammelkarten. Was heißt das hier, eine Ausstellung oder was? Der räumt ja einfach nur das ganze Zeug ab. Was soll ich hier tun? Ah, das ist dieser Typ. Der Kumpel von ihm. Was für Scheiße. Was für alle Eben? Ich habe ihn mit mir blush. Unbekannte mich, Herr Chatanais. Ich habe keine Drehzah Planilien appelliert. Sie haben nicht herabschiedet? scöne, ich sie in ihr naturalen Stad, wie sie ist, und wird in den Paradies sein. Da ist nichts naturales. Ingete die Univität. Ihreanzinanzierung, Repression, death. Ja, das ist. Das ist zu sein. Das ist zu sein. Innocent. Alive. Wie Buddha sagt, wir alle hier nur hier für ... Das erklärt uns die Decadence von diesen Hottentots. Hey, du hast eine Bildung von meiner Frau hier. In ihr ... Delicates. Henry, ist das dein Hintergrund? Warum würde du es beinbezübend auf diesen Mann? Das ist meine Mama. Als Nudel als die Tag sie war. Stopp' zu schauen auf meine Mannschafts. Stopp' zu schauen auf meine Mama. Well, maybe she shouldn't expose herself like that. Okay. Oh. 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 Hey. 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 Nice. Noch einer? Oh. Zwei gegen einen. Alter Schwede. Alter Schwede Versteh nichts von Kunst Den Typen mag ich Der ist lustig Aktmalerei, genau Verstehende Emotion 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 Ich habe Psycho Verstehende Emotion Verstehende Emotion Druck unser 1000 dollar fährt ich habe auch den schwanz flechten lassen wollte mal ausprobieren schaut ein bisschen komisch aus aber ich wollte mal ausprobieren da bist du das ist diese seine ex freundin oder was hat sie von ihm ein kind oder was weil das stand vaterschaft seine ex freundin leute jetzt hat sie wieder sie machte mir hoffnungen und dann die macht das immer so kind to you but surely you cannot hate a man for the sin of loving his daughter and wanting better for her then then me then the choices you make choice did i have i ever have oh i know you were to live by your code but your code is it's not right has your way been right mary with you and jamie joining a bunch of crazies and hypocritical daddy with his drinking and horn and gambling is that what a pure life has gotten you begging me for help oh arthur be kind to me please sorry i am i should have asked someone else but but i'm the best guy you know with frightening decent people it wasn't that i didn't love you arthur you know that yeah i know oh arthur we were so very young think how different life could have been yeah i think about it it all seems so long ago far away now will you help me try to save daddy ja komm ach ja diese geschichtchen come along where we going what's your love you know to know or you know sarcasms beneath you he's been gambling and drinking and other things oh the filthy brother he said he was going down to the theodore econderate he said he was going down to the theodore ecogene something about a horse it's down by the water in the warehouse district near the train yard yeah Jetzt bin ich gespannt, Leute. Ja, die macht ihm immer Hoffnungen. Also sie hat einen anderen geheiratet. Und der ist dann gestorben und jetzt ruft sie ständig uns. Ich bin jetzt so gespannt auf ihren Vater. Jetzt bin ich gespannt, was das für ein Papi ist. Gleich einer auf Smallers begrüßen. Der Typ oder was? Nee. Das ist doch nicht. Ja, das ist echt eine Beziehungsgeschichte. Sehr lustig. Jetzt bin ich gespannt, was das für ein Vater ist. Was? Was? Warum? Okay, das ist so. Okay. Okay. Ist doch voll der Clown. Ich habe den ein bisschen anders eingeschätzt. Der ist besoffen. Wann das online kommt, weiß ich noch nicht. Hey. Stopp a second. You're too close. He went around the corner. Was hat er vor? Jetzt kotzt er. Ja, der kotzt. Da, guck mal. Hat er hingekotzt. Was hat jetzt? Wo ist er hin? Okay. Komm her. Quick. Warte, wo du gehst. Warte, wo du gehst. Warte, wo du gehst. Warte, wo du gehst. Dwie, du glaubst du uns sehen? Ich denke nicht. so what did you say to me i didn't say a thing insulting i'll wipe that goddamn smirk clean off your face ain't you a little old for brawling mister damn you okay he's heading across the road you know this is kind of fun shh he'll hear you you could have cleaned yourself up a bit i didn't realize i was here to impress anyone i just went left down that alleyway what's he doing let's go find out ich würde mir die ps pro kaufen an deiner stelle weil sie einfach deutlich besser ist und mehr speicher hat weil zum beispiel allein dieses spiel hat 200 gigabyte also 195 gigabyte und ich habe früher mal eine kleine platte schon gehabt die war rucki zucki voll so der versäuft der versäuft die sachen der versäuft die familien der pstücke der versäuft okay der versäuft jetzt die ganze familien erbstücke also die die playstation pro ist wirklich besser glauben ja ich weiß dass da viel scheiß erzählt wird online dass sie nicht so geil ist aber die ist einfach besser als die normale ja okay man kann eben einfach das pferd manche spiele laufen glaube ich sogar nicht auf der normalen soweit ich weiß also nicht viel aber einige und ich glaube die playstation pro kostet ja nicht mehr so viel versäuft alles der bastard ganzen familienbesitz sack hallo wir kommen da rein was war das denn du kannst den wagen anspringen was zum teufel ist jetzt passiert ich wollte rein klettern lassen wir mal weg fahren damit die mission von vorne anfängt doch auf der alten läuft noch alles okay ja dann waren das nur so gewisse optionen wahrscheinlich die man der redemption 2 ist noch nicht angekommen ich weiß nicht was jetzt passiert ist also warum ich da nicht rein klettern konnte wir werden das gleich erfahren ist einfach abgestiegen so nehmen wir einfach mal das pferd hier probieren es noch mal ich weiß einfach dass manche funktionen also manche einstellungen dass das ist die nicht gibt auf der normalen playstation das weiß ich 100 prozent also sag mal so du hast zum beispiel ein spiel kannst es aber sagen wir mit gewissen einstellungen nicht spielen und auf der playstation pro kannst du die diese einstellungen einstellen weil sie halt mehr leistung hat so kommt schon kommt schon kommt schon kommt schon sagt okay bewege dich mit l zum kutscher um den wagen zu stehlen okay wir müssen zum kutscher ja jetzt bewege mich jetzt noch mal okay jetzt geht's hallo der soll den türen im abgelegene stelle alles wird gut alles wird gut voll im sumpf gebiet so mein freund her mit dem zeug raus ja erstmal in den schlamm reinwerfen 100 dollar will er wir schauen es damit aus 50 wir schauen es damit aus das sind finale das ist mein finale so muss man das machen was ok 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 den so so jemand darf man nicht weglassen leute weil der wird euch wirklich dann noch irgendwas antun ok perfekt so muss man verhandeln ok alles klar also rockstar games macht so kranke spiele das ist einfach nur verrückt ok wo ist unser pferd ja dann nehmen wir die kutsche so wir müssen jetzt hier wieder hin ist ja gut dass du das normal machen kannst jetzt zur not auf die kutsche schießen ja ok fahren wir mit der kutsche wieder zurück weil unser pferd ist dort in der stadt irgendwo zack läuft sogar automatisch okay okay te fiat ec automatisch suje zurück und dann geht's wo ist dein Vater ich weiß du willst du ihn wieder finden du willst du ihn wieder finden nicht wirklich Was sagt er übrigens zu unseren neuen Handschuhen? Schick, oder? Was machst du jetzt, genau diesen Moment? Was hast du gefragt? Na ja, ich habe mich gefragt, ob du etwas willst. Gehen wir zum Theater, vielleicht? Ja, mach mal. Theater? Ich? Klar, warum nicht? Es wird Spaß, Arthur. Gehen wir zum Rallure. Sie haben die verrückte Akte. Ich kann die Verrückte. Das ist die normalen Verrückte der Leben. Ich kann es nicht auf mich auf. Du und ich beide, Arthur. Oh, ich habe dich gefeiert. Keine Ahnung. Du bist ein Idiot. Aber du bist immer mein Freund. Natürlich bin ich dein Freund. Aber du bist immer mit mir. Wenn ich mit dir mit dir und eine gute Person habe, dann hätte ich dich lange vor. Das ist wahr. Du bist eine gute Frau. Du bist eine gute Frau, Frau Lange. Du bist eine gute Frau, Frau Lange. Du bist eine sehr gute Frau, Frau Lange. Du bist eine gute Frau, Frau Lange. Du bist die Firma. Ich weiß, das ist ziemlich gefährlich. Das ist sehr gut. Das ist ein guter Mann. 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 Das ist der einzige, den ich weiß. Danke. Ich habe das nicht so gesehen. Ich bin sicher. Du schuldiger Mann. Komm schon. Lass uns unsere Ziele finden. Also ich hätte es für 25 kaufen können. Dann wäre gar nichts passiert. Dann hätte er überlebt. Danke, Tim. Voll korrekt. Ich hätte natürlich überleben lassen können. Ich hätte auch 100 bezahlen können. Ja. Es ist halt einfach so. Ich gucke mir einfach die Charaktere an. Wenn ich merke, das ist ein Arschloch. Das braucht. Also der wird nur Probleme machen in der Zukunft. Dann. Ja. Unwichtiger Charakter. Hier kann man ja machen, was man will in dem Game. Das ist ja so gemacht. Was? Da wird es schon gehen? Hä? Wieso ist er jetzt rausgegangen? Aber schade, dass wir länger bleiben können. Entschuldigung. Mein Leben sollte nicht... Oh. Ist es zu late für uns, Arthur? Oh, die nervt mich ultra krass. Ich kann dir nicht lieben. Ich bin ein willer Mann, Mary. Wenn ich... Wenn jemand, zu mir, was ich wollte, Und ich kann nicht mit dir, in da. Aber es kommt zu einem Ende. Diese Zeit, es wirklich ist. Run weg mit mir. Arthur. Run weg, jetzt. Und nicht zurück. Ich will. Mehr als alles, was ich will. Aber ich habe ein paar Leute, die ich muss sich um. Wenn sie frei sind, dann bin ich frei. Dann kann ich weggehen. Aber Arthur... Wenn wir weggehen gehen, wir brauchen Geld. Soon. I'll have some. I know you won't run away. But it's a pretty dream. Very pretty. But I will. Once I get some money. If I had some. Then some fool got trapped into a town that I can't go back to. That's another story. I'll write you. Okay, es geht noch weiter mit der Liebesgeschichte. Oh man, das ist eine Problemfrau. Er ist ein Problem, Mann. Das kann nur böse ausgehen. Wie lang der Stream geht, ich denke, der geht noch ungefähr 25 Minuten. Ich mache jetzt noch eine Mission. Und dann machen wir morgen weiter. In der Früh wird es ein Tipp-Video geben. Mit Jagdtipps und so weiter und so fort. Also die neuesten Erkenntnisse. Um 13 Uhr bin ich weg. Da habe ich Realtalkshow auf meinem Hauptkanal. Okay, machen wir noch eine Mission. Ja, das war jetzt heute ziemlich langweilig, muss ich sagen, in den Missionen im Vergleich zu gestern. Weil da ist ja richtig die Post abgegangen. Aber wer weiß, vielleicht kommt da jetzt was Spannendes. Es ist ja meistens so, es spitzt sich was zu und dann eskaliert es. Und nachdem wir so viele Kracher hatten, jetzt wird es wieder ein bisschen ruhiger. Und dann spitzt es sich wieder zu. Ihr wisst ja, wer das gemacht wird. Okay, gucken wir mal. Eine nehmen wir noch. So, hier kann man den Abkürzungen machen. Oh, shit, sorry. Jetzt habe ich zu den Kommentaren geguckt. Ich habe dann umgerannt. Okay, so. Hier haben wir eine Mission. Oh, hier sind wir, mein liebter Junge. Ja, hier bin ich. Hier bin ich. Oh, ich glaube wir müssen zocken. Oh, das ist jetzt der Banküberfall. Oh, wir müssen einkaufen. Okay. Okay. Null. Ah, das müssen wir kaufen. Wir kriegen das geschenkt sozusagen. Okay. Dann kaufen wir das. Dankeschön. Okay. 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 Wer hat der Oberlippe? Ich will mich nicht rasieren, Mann. Ich habe doch extra wachsen lassen. Natürlich. Vielleicht können wir hier jetzt das noch verändern, einfach. Ja, machen wir mal so. Ah, nee, das haben wir schon. Hey, ich hoffe, dass das reicht. Weil ich will den Bart weiter wachsen lassen. Okay, reicht das? Ich hoffe. Nee, oder? Oh, komm. Ich habe extra wachsen lassen. Frisur. Kann man nichts mehr machen. Schneiden. Kann man auch nichts machen. Probieren wir mal. Ich hoffe, dass das dann reicht. Okay, komm, bitte. Lass den Bart dran. Ey, wir müssen den Bart abrasieren. Scheiße, Mann, Leute. Die Geschichte zwingt uns. Oh, Mann. Fast drei Tage habe ich den wachsen lassen. Der ist auf Stufe 8. Ja, wir müssen entweder glatt rasiert oder extra glatt rasiert. Ach, Mann. Ja, gut, komm. Mach mal dann gleich ordentlich extra glatt rasiert. Shit. Ja, bist du zufrieden jetzt? Let's get to the box. Drei Tage Bartwuchs. Krass. Es waren 18 Stunden Spielzeit. Ich hoffe, ihr habt einen succesvollen Abend, Herr Präsident. Hm, 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 hm. Was machst du? Gib mir Kraft. Gib mir einen Mann, warte. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Zu den Grand Corrigan, bitte. Grand Corrigan, Herr Präsident. Well, schau dich an. Von Toad? Von Frost und König. Das ist ein bisschen viel, nicht wahr? Der Coach? We can't winnie up there on horses like a bunch of cuntrified yokels. You're a rash, oil man. Money to matter. Which reminds me. No shuffling and mumbling. Pop your chest out. Get outside yourself. Ja, all right, all right. St. Hamden. So, who's in Mark? You all right by the way, the driver? Oh, yes. Don't worry. George and I go away from the back of the car. It's a man called Desmond Glythe. Made of fortune and posery of all things. Likes to play fast and always keep some extra collateral in the safe upstairs. So, if Strauss is sitting behind him, how does he know what cards I got? He won't, but the dealer has recently become a very good friend of mine. Another one. Don't worry, Arthur. We're all the authors. Well, good fortune. He'll make sure you get the right guards. What could possibly go wrong? Bindi? Tja, he's halt vorbestimmt. Genau, manchmal müssen wir gewisse Sachen machen. Wir müssen anscheinend jetzt Poker spielen. Und zwar so, dass wir betrügen. Wow, das schaut krass aus. Sehr gut, Sir. Danke, George. Good luck, Sir. Okay, Holster bleibt hier. Now, remember what I said, Arthur. Everyone is the author of his own good fortune. Mm-hmm. Yes, yes, believe me, I heard every word. Watch Strauss, listen to the dealer, and this should be a very lucky night. Okay. There they are. Gentlemen, how wonderful to see you. Arthur, you remember this pair of boys we met in New York? Come on. Champagne is on dear old Arthur. His riches can be in feeling luckier than a turkey that survived Thanksgiving. Hello, gentlemen. Hello, dear boy. Come on, come on, let's head aboard. Drinks are on Arthur. Champagne. Mm-hmm. I'm afraid we require all patrons to hand over their guns. Okay. Okay. The table's awaited. I'll go find myself a change of clothes. Okay. You seem unsure. Robin, a heavily armed riverboat without a gun tends to bring out the self-doubt in me. These people are virtually idiots. This is simple stuff. Okay, I'm excited. Now have a good time, but don't lose too much money or your wife is going to kill me. Whatever you say. Now where can I get a cocktail? Welche Spiele wir noch zocken, das ist in der Playlist. Also wir haben ja da verschiedene Playlists. Da kannst du dich mal umschauen. Und ich bin 33. Okay, hier müssen wir an den Tisch. Zack. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Callahan. Sorry, I'm late. I had some unfinished business at the bar. Hey, Desmond. Good evening. Not to worry. Welcome to the game, Mr. Callahan. Okay, gentlemen. Let's play. I hope you're a player. Been too many cowards at these tables recently. Nothing less dignified than a man afraid to lose a little money. Look at this. Chip's already stacked up waiting for me. Good man. We aim to please, sir. So, how are we all fairing? Some men than others? If we all faired the same in life now, where would the fun be? Quiet. Wait, not Desmond Bly, the hosiery king. I should have brought my other wallet. Not my preferred title, but yes, you should have. Okay, then zeig mal. Was haben wir? Dame 10-7. Okay, sorry, boys. I'm taking it all. Okay. What the fuck? Was haben wir? Neun Junge. Das ist ja eine Straße. Wir haben eine Straße. Okay, gehen wir rein. Okay. Klick. Okay, das war ja vorprogrammiert extra. Mr. Bly wins with three queens. Was? 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 What the fuck? Wir haben doch eine Straße, Gab? The man you seem to think you are. Likewise, Mr. Bly. So, what business are you in, Mr. Callahan? I'm an oil man, for my sins. Funny. I haven't heard of you. Oh, you will. Okay, zwei Damen. Okay. Okay, der erhöht ständig. I would stick to oil, Mr. Callahan. I don't think you have a future on the stage. You sound just like my wife. Er geht wieder oil in, oder was? Okay, ich vertraue mal. Ich denke, der Sex ist so programmiert. Okay. König. Ich denke, der ist ein paar Mal. Ich denke, mein Glück hat er aus. Ist das alles? Ist das ein paar Mal. Oder du hast was anderes? Oder du hast was anderes, was du mit? Ich glaube, ich glaube, ich höre, dass es ein paar große Junge auf dem Böden war. Vielleicht ist das nicht du. Das ist nichts. Was denn nur? Okay. Okay, wir spielen um seine Uhr. So, das ist voll der verrückte Spieler. Ah, du kennst ihn nicht aus? Was geht denn mit ihm ab? Wir haben zwei Könige unterhand. Okay, machen wir nochmal. Das ist ja voll der Wahnsinnige. Spielt uns seine Uhr und geht einfach voll inkomplett. Sehr gut, aber nicht gut genug. Shit. Wieso, was hat er? Zwei Asse? Drei? Uh-oh. What the fuck? Ah, wir haben Flasch. Wir haben Flasch. Der hat eine Flasch. Der hat eine Flasch. Der hat eine Flasch. Well played, sir. Unlock dich, Desmond. Now, forgive my lack of discretion, but where might I find this watch? Okay, jetzt passiert irgendwas. Ich spiele echt gerne Poka Poka. Poka ist echt geiles Spiel, Leute. Man muss die Leute einschätzen können, ob sie lügen oder nicht. Ja, ob sie blöffen. Macht echt Spaß. Ich weiß nicht, dass jemand einem Gräser einen Job gegeben hat. Hm. Wir leben in strange Zeit. Persönlich, ich würde nicht zufrieden, ob sie mit einem Schrauben, aber in Vienna, ich habe mein eigenes Schrauben. manche. Ja, die waren damals noch sehr rassistisch. Irgendwas passiert jetzt. Wir haben keine Gnade. Ja, wir waren jagen. Morgen gibt es ein neues Video zum Jagen. Da erzähle ich alles dann. Also alles, alles was neu passiert ist. Oh, okay. Ah, das ist unsere. Wo ist die Gun? Wo ist sie? Hey, ich check nicht. Ach so, von ihm oder was? Oh shit. Okay, krass. Wir nehmen alles mit. Nicht nur die Uhr, sondern alles. Oh shit, voll ins Auge getroffen. Okay, komm, 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 schnell. Da ist die Uhr. Okay, krass. Okay, raus hier. Komm, 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 komm. Okay, das war schon spannend. Ne, heute nicht mehr. Also wir enden jetzt gleich nach der Mission. Morgen gleich in der Früh, wenn ich aufstehe, so zwischen 10 und 11, da beginnt dann die Jagd. Und da gibt es dann die aktuellen Tipps. Ich habe da noch einige krasse Sachen rausgefunden. Ich habe da noch einen Krasse. Oh, gar nicht mehr Krasse. Ich habe da noch einen 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 Krasse. Danke. Wir geben uns einen Job diesen Tag. Insofern, wir sollten uns nicht wegnehmen, bis wir wissen, dass wir brauchen. Vielleicht können wir noch mal in die Runde, wenn es alles geht. Und das wird sicher. Ich habe da. Auf die Bar, Herr. Ich hoffe, du hast Spaß gemacht, Herr Kollege. Es ist die Zeit in meiner Leben. Du wirst sicher nicht wissen, wie man auf eine Show machen kann. Das ist wunderschön. Schau, da ist dein Freund. Komm raus hier. Was? Okay, was ist los hier? Das war einfach spannend. Amr als ein Cartosikum recy delçu? ulff! Du gehst nicht Martha levend. спокой, från Witz. Ich streiset? Ja. Du gehst ein Krasse. Jetzt Hermann, hopp. Wir sehen. Wie viele regarde seineические Bilder? jetzt ab komm schon verdammt noch mal was flussdampfer hinter mir das wasser ja das war eine fahnige mission das hat spaß gemacht wir sind james bond mäßig okay ben wir sehen uns okay okay und wir sind wieder ein schrittchen näher gekommen ja wie gesagt ich muss natürlich auch die kampagne spielen sonst kommen wir nicht voran wir kommen nicht in neue städte wir kriegen nicht alle waffen ja man muss natürlich auch die kampagne zocken weil ehrlich gesagt muss ich sagen habe ich zurzeit bock mehr zu jagen wir haben haufen kohle bekommen nice ja leute ich beende an dieser stelle sehen uns morgen es geht so ungefähr um 10 11 uhr los dann um 13 uhr gehe ich auf meinen hauptkanal also auf meinen business kanal und nach der real talk show bin ich wieder da da streamen wir dann weiter also das heißt wir werden morgen morgen jagen ich werde mit euch alle tipps alle neuen sachen teilen ich habe nämlich noch einiges rausgefunden dann habe ich für euch noch ein paar videos hochgeladen müsste man da in der playlist mal reingucken da gibt es auch neue videos zu der jagd dann haben wir noch so eine maske gefunden zufällig bei der jagd so ein easter egg sozusagen und abends werden wir dann wieder in der kampagne weiterspielen also dass wir dann weiterkommen okay und übrigens ich sehe dass manche da auf russisch schreiben das ist nicht so geil also weil ich verstehe das nicht also ich verstehe zwar russisch ja aber ich kann nicht so gut schreiben auf russisch und ich kann nicht so gut lesen auf russisch also das heißt schreibt bitte auf deutsch weil das kann ich besser okay freunde also und wenn ihr keine schmocks seid dann unterstützt bitte das video den kanal gebt einen daumen hoch seid keine schmocks und ja wenn ihr bock habt weiter das ganze zu verfolgen dann vergesst das abo nicht und bei uns ganz ganz wichtig das glöckchen weil wir sehr viel streamen dass ihr das wirklich auch immer mitbekommt also leute war geil mit euch wir sehen uns morgen ich bin sicher morgen kommen viel spannendere ähm missionen also haut rein leute gute nacht ja 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 ja